Es gibt bei den Wiener Linien 1729 Weichen. Davon liegen 1000 Weichen auf der Straßenbahn im offenen Bereich, auf der Oberfläche. Alle Weichen, die im Freien liegen, haben eine Weichenheizung. Auch bei der U-Bahn beispielsweise, bei der Hochtrasse, wenn die im Freien liegt, wird die auch beheizt. Es hängt vom Wetter ab. Wir schalten dann ein, wenn die Gefahr besteht, dass ein Festfrieren der Zunge an der Schiene passieren könnte. Wenn wir im Kreuzungsbereich von den Autos befahren werden, die Autos haben ein grobes Profil und tragen sehr viel Schnee in die Weichenzungen ein. Das schafft dann die beste Weichenheizung nicht mehr, weil durch das Umstellen wird dieser Schnee gepresst. Das wird ganz hart, das wird zu Eisklumpen und dann wird die Endlage oder die Lage der Weiche nicht mehr erreicht und so muss der Fahrer aussteigen. Du musst dann die Weiche nachreinigen.